Der Kampf um Archibeta's Bies, 12, Leben scheint verloren zu sein. Die Maschinen, mit denen der britische Junge seit April in einem Londoner Krankenhaus am Leben gehalten wird, sollen laut Daily Mail heute abgeschaltet werden. Eigentlich wollten die behandelnden Ärzte bereits gestern die Lebenserhaltenden Maßnahmen beenden. Doch eine kurzfristige Anhörung von Archies Eltern Hallidens und Paul Buttersby vor dem Berufungsgericht zögerte das Vorhaben auf heute, 13 Uhr deutscher Zeit, hinaus. Jeder Tag, an dem Archie weiter behandelt wird, geht gegen das, was für ihn am besten ist, begründete der Richter die Entscheidung. Seine Mutter Holly erklärte im Anschluss an die Entscheidung, dass sie nun vor den Surprimecourt, den obersten Gerichtshof, ziehen wolle. Ob das jedoch jetzt noch das Leben des Jungen retten wird, bleibt fraglich. Wir haben Archie versprochen, bis zum Ende zu kämpfen. Und Archie kämpft auch noch, so seine Mutter. Archie Buttersby strangulierte sich vermutlich beim Versuch einer Internet-Challenge. Archie Buttersby liegt seit Anfang April im Koma. Damals fand Hallidens ihren Sohn zu Hause bewusstlos mit einer Schlinge um den Hals. Was genau passierte, ist unklar. Seine Mutter vermutet aber, dass der Junge an einer TikTok-Challenge teilnehmen wollte. Archie erlitt dabei schwere Hirnverletzungen. Seine behandelnden Ärzte halten ihn für hirntot. Nur noch die Maschinen halten Archie bis heute am Leben, für britische Verhältnisse eine Besonderheit. Das Problem im britischen Gesundheitssystem, ob und wie lange lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt werden, entscheiden in Deutschland die Angehörigen, außer es gibt eine Patientenverfügung. Ganz anders läuft es allerdings in Großbritannien. Dort haben auch Richter und Ärzte ein Mitspracherecht. Sie dürfen sich sogar über die Wünsche der Angehörigen hinwegsetzen. Ein weiteres Problem. Durch fehlende Gelder im Gesundheitssystem werden lebenserhaltende Maßnahmen viel früher gestoppt. Auch in ganz и herausой Ausmaß teachings. Däutorin Angehörige Angehörigen Angehörige Untertitelung des ZDF, 2020